Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Ich habe Lust auf das Punzenhaus, Edgefield und es ist Donnerstag, Leute. Die Woche ist fast geschafft. Es fehlt mir viel. Noch einmal schlafen, denn das Freitag war das Wochenende. Das heißt, morgen ist Stream. So einfach es ist. Guck mal, ob wir einen Geist haben. Marie Bishop. Okay, wenigstens können wir den Geist haben. Ja. Der Breaker ist aus, Herr Igel. Das ist ein ganz normales Spiel. Guck, dass die das erkannt haben. Was ist der da los? So. Der Breaker ist unten im Keller. Keiner links wird in der Garage. Schön, 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 schön. Wenn wir nicht, sie habe ich gerade schon mal werfen hören. Ich habe das nicht angemacht. Irgendjemand, der verdammt gut ist, glaube ich. So, ähm, ja. Ist es besser? Ja, ja, ja. Beziehungsweise war der Heiligensplatt hier. Hallo, Dämon. Hallo, Dämon, an der Stelle. Oh. Der Range ist doppelt so groß wie normal. Das sollte uns schon eine Weile beschützen. Ich will aber mal eben gucken, ob wir... Äh, nicht ein... Den Dotz brauche ich nicht. Äh, wo? Freetemperaturen. Und gucken, ob wir einen Dotz haben. Weil ein Dotz... In meinem Orb würde halt... Dann halt vielleicht eine Mimik. Alter, ey. Wie ich so schnell reagiert habe. Ich bin direkt tot gewesen. Ja, mit Licht sehe ich viel. Ähm... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Steht sich so im Weg. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Das habe ich auch schade. Das ist jetzt schon so ein Stink nach Pups. Der Porto sinkt. Langsam aber sicher. Das ist schon so ein Stink. 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 Der Porto sinkt langsam. Das Problem ist unter 25. Ich habe ja nichts anderes außer die Spieldose habe ich noch. Das ist schon so ein Stink. Das ist schon ein Stink. Was ichurgel? Das ist schon extra für mich. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sehr gut. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Bis dahin und tschüss.